hallo und herzlich willkommen zurück bei joshis crafted world und auf meinem kanal f.coopagaming.tv wir befinden uns gerade im höhenhochland höhenflug flughöhenflug so heißt das level dass wir denn heute betreten wollen und mal sehen wollen wie viel wir da diesmal schaffen ich hoffe ich werde mal wieder ein bisschen besser sein als in den letzten parts aber wir werden sehen das spiel wird ja auch nicht leichter ach du schande das bild sieht ja schon vielversprechend aus die wollen doch nicht etwa von mir dass ich mit dem flugzeug fliege oder mann ich bin in solchen spielen beim flugzeug fliegen schon immer schlecht gewesen okay das wird denn heute eine lach mich tot folge oder wie soll ich das verstehen los joshi dann zeigen wir mal was wir hinkriegen kriegen wir 40 luftballons zusammen so und los geht's hey wieso fliegen wir höher ich wollte runter hallo ach okay jetzt habe ich die lenkung verstanden das hängt immer davon ab wie ich gerade laufe das war mir jetzt noch ein bisschen zu riskant und wieder hoch na stelle ich mich jetzt gar nicht so schlecht an 16 stück das geht wahrscheinlich besser nein mich abhauen noch meno und hallo zurück joshi okay das ist okay whoa So, wieder hoch. Nein, runter. Hoch. Hoch. Oj. Oj, oi, oi, oi! Oh, ho, ho, ho. Hoch. Hoch. jetzt haben wir ihn doch da was haben wir denn geschafft also 40 habe ich mit sicherheit nicht geschafft da bin ich mir ziemlich sicher aber doch 42 volle blumenzahl hundert taler habe ich auch geschafft die blumen habe ich auch gekriegt volle herzen habe ich nicht geschafft da habe ich zu viel abgekriegt und die 20 man würde ich sagen das war mal wieder eine recht gute ausbeute so schlecht ist das level denn noch gar nicht gelaufen wie ich dachte so aber ich bin jetzt auch komplett ohne kostüm reingegangen so und schnuffels magma tun schnuffels magma tun heißt also das nächste level dass wir denn im nächsten part besuchen werden und ich denke im nächsten part werden wir uns denn auch mal da befinden wir uns wieder ein neues outfit aussuchen oder ich suche jetzt schon mal schnell dafür ein outfit aus so was hatten wir denn noch nicht was haben wir hier denn für schöne kostüme ja ich glaube wir nehmen das hier so denn sind wir jetzt in unserem pappanzug der uns ein bisschen schützt und ich würde sagen wenn ihr es noch nicht getan habt habt ihr gleich die möglichkeit mir noch ein abo da zu lassen wenn euch das video gefallen hat smash den daumen nach oben natürlich links unten werdet ihr gleich die verlinkung zu joshis crafted world zur playlist finden und unten rechts zu luigi menschen drei ich hoffe ihr schaut auch mal bei den anderen videos vorbei bleibt das video teilt meinen kanal abonniert meinen kanal schaut euch auch die anderen videos die anderen playlisten an ich freue mich wenn ihr das nächste mal wieder dabei seid bis dahin ciao